Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Telegram die Filterung ausschalten könnt. Dafür geht ihr einmal in Telegram Web rein. Das macht ihr am besten über den Browser oder über Google. Dann drückt ihr einmal auf den Punkt Privacy and Security und scrollt nun einmal runter auf den Punkt Sensitive Content. Nun könnt ihr hier die Filterung aus- und anmachen. Ich würde mich über ein Liken und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.